Alle scrollen weiter, weil sie keine kleinen Hunde mögen. Hey, du bist ja noch da. Machst du das Herzrot und das Puss weg? Dankeschön. Na! Na! Ich habe nicht gepupst, Mama. Mein Puppo hat dir einen Kuss zugeworfen. Hast du mich lieb oder willst du mich weg? Daniela steht auf Jonas, doch Jonas liebt Vanessa. Vanessa, der kam mit Lars zusammen, doch der findet Melanie besser. Die allerdings steht, der auf Tim, Tim wiederum findet Jennifer cool. Jennifer jedoch ist verliebt in Kevin, aber Kevin ist schwul. Tobias ist schaubom Annika und Annika eigentlich auch auf ihm doch peckt, denn er ist schon lange der Schwarm ihrer besten Freundin. Sagen Sie mal, was ist satt denn? War der mied ein undichtes Dach? Ach, wo? Machen Sie mal keine Gedanken. Das Dach ist erst im letzten Frühjahr renoviert worden. Ja, aber da muss doch mal undicht gewesen sein. Oben sind doch Flecken. Ach, die Flecken. Wissen Sie, vor Ihnen hat hier ein Chemie-Professor gewohnt und der hat hier in der Ecke ein kleines Labor gehabt und da hat er immer seine Versuche gemacht. Ach so. Dann sind das Chemikalien. Chemikalien? Nein, das ist der Professor.